Einen wunderschönen Mittwochabend wünsche ich euch wieder willkommen zurück zu Life is Feudal. Wie immer mit dabei unsere kleine planlose Truppe Silkena. Bei Raman Rahmador. Barock Zornbold. Und wieder euer Moderator Jujuki von Thal. Ja, was machen wir heute? Also ich bin fleißig am Steine shapen. Ja, was wollen wir schon machen? Puddeln? Dumm gucken. Also mit dumm gucken bist du aber nicht produktiv. Wir brauchen Nafta. Wir nehmen dir was aus dem Lager. Ich wollte sagen, das hat er heute schon produziert. Jetzt müssen die Kräutergärten wieder ran. Ah, okay. Die brauchen nur mal ein bisschen. Da fällt mir ein, es ist ja schon wieder hell geworden. Die Zeit, wieder eine Runde auf die Knie zu rutschen. Würdest du wieder einen Segen entfangen? Ich will meine Gesinnung steigern. Meine Gesinnung ist jetzt auf 80. Er will Papst werden. Richtig. Und wenn ich mal sterbe, kriege ich weniger Abzüge. Sind wir nicht alle Papst? Nee, das waren wir. Welches Land ist denn jetzt gerade Papst? Argentinien. Wer ist das? Argentinien? Ja. Das ist ein Argentinier? Ja. Und was meint ihr? Wann wird dein nächster Deutsche wieder auf dem Thron sitzen? Erleben wir nicht. Was das klar ist, ist klar. Und das ist ja auch so eine kleine Sache mit den Päpsten. Die wollen ja meistens gar nicht sterben. Ich finde, dieser hier hält sich im Moment erstaunlich lange. Ich hätte, so wie der angefangen hat, hätte ich gedacht, der wird eher abgesägt. Abgesägt? Du, Raman, man sägt doch keinen Papst ab. Nein, man nennt Gegenpapst und führt Kreuzzug gegen den. Das waren die guten alten Zeiten. Das ist schon geil, wie er sich so langsam auf den Karren setzt, ne? Uh-oh. Shit. Ich habe F1 gedrückt. Server-Werbung? Warum machst du sowas? Ja, das... Weil ich wollte eigentlich F3 drücken und irgendwie bin ich verrutscht. Und als er dann die Hilfe-Datei öffnen wollte, sagte er, life is you to stop working. Geil, ne? Und das nach nicht mal 4 Minuten. Tjo. Machste nix. Doch, Server-Werbung. Das dauert jetzt erstmal ewig bis ich einlogge. Also ich werde meine Folge dann etwas zurechtschneiden. Da würde ich wohl ein Stück raus entfernen. Weil jetzt irgendwie 3 Minuten schwarzen Bildschirm tut ja auch nicht, Node. Nein? Ich finde das immer sehr entspannt. Es ist faszin... Es ist ja nicht wirklich schwarz. Es zeichnet mein Desktop auf. Und ich habe nicht unbedingt das Bedürfnis, dass die Leute da meine ganze Freundesliste und sowas von Steam sehen können. Und Account-Namen und sowas. Ah! Das hast du auf dem Desktop? Nein, aber die Freundesliste ist gerade offen. Ich habe die in einem extra Fenster quasi. So, da sind wir wieder. Mein Spiel hat er sich kurz verabschiedet. So, also wenn ihr einloggen wollt, ist der Server planlos, IP und so. Steht hier unten in der Videobeschreibung. Und Passwort-Eingabe, ganz einfach. Mit großem P. Okay. Und dann sollte es auch gleich schon losgehen. Dann klickt ihr auf Neuen Charakter erstellen und schon seid ihr bei uns mit dabei. Müsst natürlich dann noch die Welt runterladen. Das dauert dann auch noch ein Momentchen. Also man merke, wenn man auf dem Pferdekarren sitzt, drücke nicht F1. Ne, ich glaube ich war schon runter vom Pferdekarren, als ich das gedrückt habe. Aber irgendwie Macker F1 bei mir nicht. Bei keinem Macker F1. Was kackt ihr bei euch auch ab? Bei mir ja. Wie gut, dass das nicht so weiß ist. Ja, da sind wir wieder. Die Textur gerade ein bisschen matschig. Aber das gibt sich gleich wieder. Es irritiert immer, dass die Texturen am Anfang so matschig sind, ne? Ja, das muss auch erstmal leider alles laden. Und dann... Oh, okay. Gräbst du da mitten aus dem Feld ab, Syrkene? Ich mach das hier ein bisschen plan, dass man hier besser reiten und fahren kann. Weil der mag das nicht so wirklich, wenn da Ecken und Kanten sind. Ne, das stimmt. Darum bin ich... Habt ihr auch gerade Leck? Ja. Oh ja doch. Okay, die haben anscheinend die Wachstums-Ticks zeitlich verschoben. Also ich hab ihn immer noch. Ja. Ich vermute mal, dass das Feld wächst. Nein, bitte nicht. Ja, das wäre jetzt die erste Wachstumsstufe. Außerdem ist das alles nur Gemüse. Oh, es hat sich bewegt. Gute Aufgabe. Und ihr möchtet, dass die Lecks aufhören. Dann stimmt doch jetzt ab. Mit F1 keine Lecks. Und mit F2 jede Menge davon. Alter, F4 klappt auch. Das ist die Tastenkombination für die Pros. Ah, ist vorbei. Ging ja relativ fix. Einmal kurz vorzeitig. Lustigerweise klappt das bei fast allen CSlern. Wenn du ihn sagst, alt F4 öffnet das Cheatmenü. Du siehst nur blub, 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 alle weg. Gibt's auch bei POBG. Du hast das Cheatmenü mit alt F4. Äh, ne. Wenn du während der Fahrt aussteigst, wirst du ja vom eigenen Wagen überfahren. Ja. Und das klappt so super, wenn du denen das sagst vorhin. Ja, wenn du im Auto sitzt und, ich weiß nicht mehr, irgendeinen Tastenkombi drückst, dann kannst du nachladen oder dich heilen im Auto und sowas. Und das bei voller Fahrt. Da siehst du nur ausgestiegen, tot, ausgestiegen, tot. Bei welchem Spiel jetzt nochmal? Player. Okay. Genau. Was ich immer noch alleine spielen muss. Ja. Oh. Weil ihr alle Angst habt. Ich bin kein Freund von PvP-Spielen. Deswegen spiele ich ja auch nur Heroes and Generals, Call of Duty, Battlefield. 1942 wohlgemerkt, das Kassiker. Fand ich auch immer noch am besten, ehrlich gesagt. Da warst du ja auch ein Pro mit den scheiß Fliegern. Brunenkontakt in vollem Flug, kein Problem. 20 Empatristen in der Reihe, 20 Tote. Ich fand die Mod Desert Combat cool davon. Ja, die war richtig geil, ja. Blöd ist halt nur, wenn du deinen Bordschützen in Apache ersäufst im Fluss, weil du zu tief fliegst. Hä, 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 hä. 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 Ah, ich war mir immer... Ich meine, meine bevorzugte Lieblingsmord war Forgotten Hope. Forgotten Hope? Mhm. War das auch für Battlefield? Das war Battlefield 1942. Forgotten Hope war die realistische... Ach ja, ja, genau. Boah, ist das schon lange her. Mhm. Lange haben wir es nicht mehr gespielt. Aber, Wunder ist Wunder, es gibt immer noch Server. Tja, gute Spiele sterben nicht, ne? Wobei... Auch ein super LAN-Spiel. Es ist ein super LAN-Spiel. Vor allem, es war eines der ersten Spiel, wo 64 Spieler früher drauf konnten. Das war damals revolutionär. 32er Teams. Da haben sie mich alle verflucht. Nicht nur dich. Nee, nee, ich hab auf meinem Rechner einen Server mit 60 Leuten gehabt. Ähm, nochmal... oder 30 Leuten, 100 Bots. Und hab selbst noch drauf gespielt. Und... Es ging. Ach... Ich will die ganze Zeit hier weggraben. Wunder möchte, so nimmt der keine Erde weg. Ja, weil's Inventar voll ist. Sollst du das öfteren reinschauen? Ich bin jetzt schon wieder fast die ganze Folge dabei, Steine zu schlagen und das in Form schon umzuwandeln. Also seit... Das ist ja jetzt die dritte Folge, die wir aufnehmen. Heute ist ja Mittwoch. Und... Das hat mir schon fast 4% Baustoffverarbeitung gebracht und ich krieb's hier im 90er-Bereich rum. Wo es nun wirklich schwer ist, Punkte zu kriegen. Schwer ist relativ. Und... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 wahrscheinlich das auch wieder jammern auf hohem neo wisst ihr noch von früher wie schwer es war wenn man ein altes spiel zum aufmkriegen wollte er hat dem vieles viel vereinfacht das stimmt ja auch wenn es am anfang echte probleme und shitstorm gab ja 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 aber trotzdem so alte spiele und sowas diese immer wieder mal die waren immer auf dem neuesten stand haben es waren an das betriebssystem angepasst ja schon gut ja ja sage nur x kommen die alten die richtig guten alten teile ich glaube nicht dass wir das die woche fertig bekommen das hoffe ich auch die baustelle da fehlt noch ganz schön stück ich persönlich hoffe dass auch dass er die nicht fertig kriegt ich könnte es euch natürlich dass die boschel fertig kriegt aber dann komme ich nicht hinterher dass wir die fertig kriegen das sehe ich nicht trotzdem karen mit 3000 ja weißt du was das trotzdem für der arbeit ist also ich sag es mal positiv so ich bin jetzt auf 85 29 pass auf jetzt brauchst du 100 haben sie geändert von 90 auf 100 das wäre übel es ist das größte gebäude 100 brauchst du glaube ich nur für den brunnen wenn ich richtig informiert bin ich persönlich finde das schon übel genug dass du jetzt für jeden kleinen scheiß diesen scheiß formstein brauchst weil das ist richtig aufwendig jetzt da gibt es in frankreich glaube ich ein projekt wo sie eine burg nachbauen mit den altertümischen drei steinmetze schaffen am tag so 15 bis 20 steine für die burg mauer ja und die burg hat die niedrigste unfallquote im ganzen land ich glaube auf der ganzen baustelle gab es seitdem ist sie existiert sie ist inzwischen auch als archäologische ausgabungsstätte anerkannt da gehen ja regelmäßig auch archäologen hin zum nachgucken wie sie es machen das ist ja schon seit über ich glaube zehn jahren in den medien auch diese burg und die haben den niedrigsten krankenstand nämlich null es gibt keine wirklich schweren verletzungen weil die tun sich einfach nichts die haben wir auch nicht so einen zeitlichen stress das hatten sie auch schön begründet alles was wir machen machen wir mit hand und dann ist man mit dem kopf auch dabei wenn du an maschinen arbeitest oder sonst was ja da wird schnell mal irgendwas überhastet war am besten fand ich jetzt den letzten artikel die ich darüber geschaut habe da haben sie das wasserrad also die wassermühle neu gebaut und diese abnutzung im holz dass irgendwann das holz so weit abgenutzt ist dass es sich selbst schützt die hatten immer angst dass die ganzen zähne in dem holz brechen im rad und die haben das holz hat sich zwar abgenutzt aber bis zum bestimmten punkt und dann gibt's so dann lief die maschine einwandfrei also mein absoluter spieler klassiker früher war definitiv immer das einzig wahre ja mein 1 war auch schon nicht schlecht aber zwei war einfach wirklich kennt einer von euch erst kennen sie ja so dunkel weil das ist auch so aus der zeit von master 2 war auch eine schlechtere variante ne ne es war ein ganz anderes spiel also nicht ein ganz anderes war auch mit weltraum und planeten und sowas aber anders anders aufgebaut ja also konnte man kann man kaum vergleichbar ein anderes spiel aber auch etwas was seinerzeit immer noch seines gleichen sucht hat alles gepasst war schön ultima online jetzt kommen ganz alten hau mich tot ultima online habe ich in meiner früheren zeit sehr viel gespielt und ich muss ganz ehrlich sagen da kommt auch world of warcraft nicht gegen dran ich weiß nicht warum die spielwelt war zwar bei weitem kleiner aber es war einfach mehr tiefpunkt drin und wenn du den passenden server hattest kanntest du auch wirklich sämtliche leute dir ist klar dass du für so eine aussage tierisch geflammt werden wirst es ist meine überzeugung wo wem ist war ich muss ich habe es gespielt ich stehe dazu ich habe wo gespielt auch sehr lange zeit ich habe drei addons mitgemacht und es hat mir auch einen spaß gemacht aber wo w ist nie wirklich an die tiefe von ultima online auf meinem server schattenbilder angekommen hat es niemals gewollt das war für die feierabend gamer genauso gedacht wie für alles andere und zwar halt massenprodukt ja teilweise am anfang noch nicht mal so wenn du guckst bevor es erst dann kam war der pechschwingen hort die die höchste in die haben auf einem server vielleicht drei vier gilden gesehen überhaupt von tausenden von leuten die auf dem server waren alle anderen sind da nie hingekommen das nenne ich noch nicht casual und das stimmt das beste event was wo wie bis jetzt hatte war die invasion der hier wie hießen die jungs jetzt noch mal genau die geißel invasion wo dann hier mit gott die ganzen namen sind raus das ist peinlich ich das scharlachrote klose sondern die anderen heinis ich kenne mich mit der welt nicht so aus mein wissen beschränkt sich auf warcraft 3 ich war allianz spieler das war ein event allianz horde das war ein server event die todesritter nie davor noch davor bevor jetzt hier nachs ramas gekommen ist das war ein vor event zu nachs ramas nein nachs rama das waren wirklich ein ich glaube das gegen zwei oder drei monate das event und das hat dann nachs ramas angekündigt weil normalerweise waren ja die schulmanschen und stratholme die instanzen im westlichen und östlichen pestländern und dann kam okay ich verstehe und dann kam nachs ramas dazu ich weiß gerade nicht welches du meinst tut mir leid wie gesagt das war in den frühen jahren von wo ww ich spiel zwar ich habe seite beta gespielt also wenn dann war ich dabei aber ich weiß jetzt nicht welches du meinst da war es gab molten kurs dazu gekommen dann ist der pechschwenkenhaut dazu gekommen dann sind die zwanziger inis dazu gekommen ankirai und ankirai war auch ein geiles event die blutelfen waren noch da mit der extra insel aber das war schon mit dem zweiten oder dritten addon die blutelfen sind mit dem ersten addon dazugekommen oder erstes addon war auf jeden fall mit dem addon also ich weiß jetzt nicht was du da meinst wenn ihr es wisst schreibt es mir doch mal in die kommentare also der eine rand ist gleich komplett durchgängig zwei breit sauer das sollte heute noch zumindest fertig werden denke ich mal spätestens hier mit der erde die ich ankomme habe ich nicht über den haufen nicht nicht geht mir mühe aber das sieht man manchmal schlecht musst du rechtzeitig das pferd nach links oder rechts steuern aber ich glaube das war wirklich invasion der geißel das war ein relativ großes event was hat man da gemacht du bist beispielsweise ödland du bist westliche östliche pestländer hingereist und hast da kleine zigorats angegriffen die verhalt von den untoten besetzt waren im auftrag einer der fraktion das waren diese diese steine diese dolmen richtig es waren kleine zigorats bloß in wirklich kleinerer version daraus hat ja auch eliminier nachher so eine witzsache gebaut von wegen nax ramas ist hier ein stadtgebiet der menschen gekracht ich verstehe immer noch kein wort das muss man erlebt haben da würde ich jetzt beispielsweise nichts verstehen wenn du von battleground sprechen würdest radfahren mörder nein radfahren schützt im spiel die bratsch fahnd auf dem rücken erspart einen rückenschuss erst aber mehr am arsch oder ja die schützt seinen arsch oder wenn du sie in der hand hast habe ich schon leute gesehen die damit den shotgun schuss geblockt haben gibt es sogar auf youtube-videos drüber gegen die kugel in die bratpfanne weil er gerade zugeschauen hat statt den das ding ist echt die dies im bratsch fahnd aber auch garantiert reichweiten begrenzt etwas unnütz da habe ich schon den einen oder anderen kill mit geholt also wenn ich eine machete habe und nicht bratsch finde schmeiße ich die machete weg aber wir sind übrigens an der zeit das heißt also sie nannten dich bratsch fange ja gut wenn ihr bei uns mitspielen wollt jeden sonntag zwischen 20 zwischen 18 und 22 uhr sind wir für euch erreichbar unsere server ip findet ihr natürlich unten in der video beschreibung genau wie das passwort wenn ihr bei barock schaut schaut bei mir schaut bei mir wenn ihr bei barock schaut ähm ne umgekehrt wenn ihr bei mir schaut schaut auch mal bei barock rein ähm kommt auf unseren server spielt mit uns mit macht euer eigenes ding hier drauf wir würden uns freuen wenn unser server mal ein bisschen beliebter würde und wenn es mehr als zehn leute sind wir würden den server auch vergrößern deswegen genau bezahlt ihr nur barock dafür sind wir natürlich auch dankbar und ansonsten wir sehen uns donnerstagabend wieder wenn es wieder heißt life is hügel mit uns dem planlosen tschüss 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 tschüss